Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist der Mann der guten Laune und ich habe euch ja gesagt, ich ziehe heute mal die stillen Plätzchen rein. Und Freunde, der Europa-Park zeigt sich mal wieder von seiner schönsten Seite. Und ich sage euch mal, der Europa-Park macht sogar... Nicht nur die Langschaft schön. Nein. Der Europa-Park macht mich etwas nachdenklich, wenn ich dieses Schilz hier sehe. Ja, ich hoffe, man kann es lesen. Die alte Elz. Dann frage ich mich, wo ist die neue Elz? Oder die junge Elz? Tja, ich begebe mich noch auf die Suche nach der Elz. Vielleicht bin ich sehr. Bis dahin, sei ein Piep-Piep-Piep. Ich habe euch lieb, ich nehme euch wieder mit. Dann wird es wieder einmal ein Hit. Bis dahin, Servus und ciao, euer Gute-Laune-Boy. Servus.